So, meine Damen und Herren, dann machen wir weiter mit Series 7 Kapitel 2, okay, das passt gut, ich habe nämlich gerade geguckt, es gibt nämlich nur 5 Kapitels, und ich habe auch 20% gerade gesehen, dass ich 20% schon durch habe. Also ich habe auch gesehen, wir haben jetzt, ich habe ja gestern angefangen mit Kapitel 1, jetzt und dann Kapitel 2, das war doch durchschnittlich, hat einer 4 Stunden gebraucht, also unter 4 Stunden, 3 Stunden, oder was mit 3 Stunden 55 oder sowas, und ihr habt doch gesehen, dass ich am Ende des ersten Videos, des ersten Kapitels, das Spiel auf, von Grafik auf Leistung gestellt habe, Ich muss nach der anderen Seite kommen, da muss ich eine Art und Weise gehen, diese Container werden muss. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die Kraft! Ich habe gestern eine Aufnahme... Ich hoffe, es hilft, es heilt die Kraft! 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 Ich hoffe, es heilt die Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die Kraft! Ich hoffe, es heilt die Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die Kraft! Ich hoffe, es heilt die Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die Kraft! Ich hoffe, es heilt die Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die Kraft! Ich hoffe, es geht die Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die Kraft! Es gibt keine Kraft! Ich habe die Kraft! Ich höre hier! Es geht weiter! Das war's. Was ist da? Ah, ok. Nein. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ich bin runtergeplumpft. Ernsthaft, die gibt mir jetzt keine Möglichkeit hier wieder rauf zu kommen. Digga, wie ich das hasse mal. Ich weiß nicht, da fällst du einmal runter. Dann geben sie dir schon keine Möglichkeit mehr wieder hoch zu kommen. Und du musst den letzten Zeichpunkt laden. Das ist echt abwärmlich. Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, oder? Achso, ob die noch vergesen sind, ok. Kranfahrtrufe, ok. Kranfahrtrufe, ok. Hallo, mein Freund. Das ist extrem nicht cool. Kranfahrtrufe, ok. 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 Was ist das? also da kann ich wahrscheinlich drauf schießen schnippeln das ist so eine stelle als er tot waffen lassen die schneller nachladen du kannst zwei pistolen tragen du kannst objekte als nahkampf waffen nutzen entweder schlägst du mit ihnen zu primärkampf oder du wirfst sie als sekundär oder du kannst nahkampf einfach gegen mittelgroße gegner machen große gegner machen die abholen und ok muss ich hier lang ich bin das tun wahrscheinlich nicht besser Was ist das? Kannst du mich gerne mitgeben? Kannst du mich gerne mitgeben? Alles Waffa Sauber Eine Fussive Mit einem Schrauch Ich liebe Russische Du wie die Beste Die Beste verletziert Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es gibt nur einen. Es war lustig, aber jeder Partei hat eine Insight. Wir sind ungefähr bei einer halben Stunde pro Ding, das heißt, zwei Kapitel pro Stunde wäre ich bei vier Kapitel, bei zwei Stunden wäre ich bei zweieinhalb Stunden in etwa. Aber was geht man denn? Ich hoffe, dass er hier einmal kurz durchgeht. Auch wenn ich das Spiel jetzt von der M2 SSD, die ich in der PS5 habe, jetzt auf den internen Speicher gegründet habe, dauert es mit dem Laden immer noch lang. Geschätzte Zeit waren sogar 35 Minuten, ich habe 22 Minuten gebracht. Okay, aber an dieser Stelle, meine Damen und Herren, sage ich danke fürs Zugucken und wir werden uns in der nächsten Folge uns an dieser Stelle wiedersehen.